Jo Leute, was geht? Willkommen zum zweiten Part von Mad Max. Ja, ich bin euch alleine, Jason, der schaut YouTube und macht Hausaufgaben an. Ja. Lappick auf, würde ich mal sagen. Junge, macht wohl jeden Tag eine, was wollen einen Tag alle im Spiel? Digga. Ich hab auch heute alle. Wieso, um Späne? Nö, weil ich so das Handy haben. Du bist vierte, ne? Uh, 1000 Schrott. Hey, warum nur 1000? Ich glaube, ich muss mit irgendwas verwechselt haben dann. Egal, wir haben jetzt 1300. Ah, upgraden. Kampfeisen. Ja, ja. Motor. Natürlich, warum nicht? Motor kann immer dabei sein. Panzerung geht noch nicht. Auspuff geht auch noch nicht. Räder. Nicht Booster, das grade ich eh nie ab. Felgen auf jeden Fall, die müssen dabei sein. Stacheln habe ich schon. Stacheln habe ich schon. Sniper überlege ich. Apume überlege ich auch erstmal. Karosserie bleibe ich bei Furnace, weil es am geilsten aussieht. Lackierung bleibe ich auch beim schwarzen. Das mache ich auch nicht und das haben wir nicht. Ich würde sagen, ich mache mal die Apume. Weil die wichtig sein wird. So, was ist denn das nächste Upgrade von der Rapun? Starke Bauwerke. Klingt nice. So, wir müssen wie immer mit der Story weiter. Aber um mit der Story weitermachen zu können, müssen wir eine Festung einnehmen. Also halt so ein Aussichtspunkt. ein Transfer-Tanklager. Oder wir gehen hier zum Top-Dock. Können wir auch machen. Wobei ein Top-Dock ohne Wasser eigentlich nur Selbstmord ist. Schrott-Paletten. Da würde ich mal gerne hingehen. Obwohl, ne, scheiß drauf. Guck mal, Schrott. 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 Putskruelteil. Schrott. Schrott Historisches Relikt. Schrott, Schrott. Ist das Historisches Relikt? Schrott. Betritt die Höhle der Menschentreiber. Uhlala. Ja, hier gibt es ein Ölpumpenlager, aber es hat halt Schwierigkeit 3 und das ist ja auch scheiße. Ich würde sagen, es ist Balloon. Warte mal. Waren wir schon bei Grieffer? Ja, wir sind ja erst Tag, ja genau, wir müssen in Grieffer, glaube ich. Boah, ich habe keine Ahnung. Versuchen wir jetzt zum Balloon. Und dann schauen wir mal, wo ein Lager ist. Der Stream geht nicht allzu lang, vielleicht nur eine halbe Stunde. Radar bekommt heute noch ein Stream von einem anderen Game. Oh. 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 Ich werde das schauen gehen lassen. Ja nicht. Zack! W была weg. Der Facebook hat. Was hab ich gedrückt? Was hab ich gedrückt? Was hab ich gedrückt? Ich weiß nicht, ich hab doch einfach nur noch irgendwelche Kinder nicht. Fuck, weißt du mal was? Scheiße, ihr könnt gar nicht mehr wissen. Was hab ich gedrückt? Warte mal, gibt's hier nicht irgendwie Pause? Kontrolle, da. Feldflasche, Tampen, nein. Gibt's auch Kontrolle, ah da warte, zu Fuß? Fahrzeugsteuerung. Bremse rückwärts halten. Ziele. Fahrzeug rückwärts, Waffen wechseln. Sniper Mood. Ach, doppelt für die Gego. Okay. Ja, eigentlich schon. Boah. Und ich glaub, ich kenn das sogar das Einzige, das man glaub ich gar nicht machen kann. Also man braucht, glaub ich, dafür... Ah ne, doch nicht. Was gehört dann aber auch da für ein Reservetraub. Gibt's da? Benzin? Oh, ich dacht schon mal da. Oh, was ist ein Prank! So! Oh, ist da doch jetzt verliebt. Das Benzinkanister neben, wie würde ich sagen, auch verliebt. Was ist ein Prank? Tanken? Warum kann man's tanken? Weil jetzt, wie's aussieht, leer ist. Wie kommt man das Teil da runter? Warte mal. Ach, wir haben's getankt und jetzt müssen wir's so runterkommen. Ach, wie nice ist das nochmal. Und ab wieder nach Hosen! Wuh! Wenscheid. Wissen Sie sich! Wissen Sie. Alter, ich bekomme Kopfschmerzen von diesem Fernrohr. Boah, nee. Nee, Alter, ich bekomme wirklich Kopfschmerzen langsam. Boah, tut das weh. Hey, immer diese Öl-Transfer-Lager, nie ein Öl-Punkten-Lager. Oh, der Gehen kriegt's halt, Alter. Ich hab so harte Kopfschmerzen. Ich glaub, ich denk den jetzt sogar, auch wenn wir nix aus der Tuning gemacht haben. Er passt sogar wieder runter. Ja, wir müssen halt so ein Lager einnehmen, oder wir können hier einnehmen. Aber es geht so weiter. Okay, so weit ist es da auch nicht mehr geboren. Uh-huh. Ja, nee, ich bänd jetzt erstmal wirklich den Part. Ich hab zwar nix gemacht, aber scheiß drauf. Und da wird ein, zwei Stunden entweder GTA oder der Kugel-Gütz-Streamt. Also ja, bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Nein, sorry. Oder nein, und. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.